Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen im XXL T-Wayday TV-Channel. Hier gibt es nicht nur den XXL T-Wayday, sondern auch das Phantasialand, Novi-Park, Europa-Park, Heidepark, alle Parks, die wir besuchen werden, werdet ihr jetzt hier auf diesem Kanal sehen. Es wird euch ganz viel Spaß! Ab Oktober 2013 Heute beschäftigen wir uns mit 10 Dingen, die man in einem Freizeitpark nicht tun sollte. Das Event Das niemand vergessen wird Bekommt einen eigenen YouTube-Kanal Community Power Wie ob es nichts verstanden? Egal! Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen!